Darum müssen wir aufklären, statt strategischer Denken lernen. Diese Feinde der Menschheit müssen von uns so lange ans Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden, bis sie vor einem Volkstribunal stehen. Um das geht es. Unaufhörlich. Denn der gesamten Justiz scheinen wirklich die Hände gebunden zu sein, dass sie ja konsequent keinen Finger rührt. Also müssen wir bei jeder neuen Schandtat solcher Lauterbachs zuerst einmal deren bereits begangenen Verbrechen gegen die Menschheit wieder ins Bewusstsein der Völker einhämmen, wieder aufkochen und deren Einkerkerung vorne gehören ins Gefängnis solche Leute. Überdies muss immer aufs Neue aufgewärmt und vertieft werden, dass auch solche Leute wie Lauterbach, Drosten und Spahn immer noch nur kleine Marionetten im ganz grossen Polit, oder besser gesagt Wirtschaftsspiel sind. Die werden gebraucht, die werden gelenkt. Wir werden doch von völlig anderen Kreisen regiert, als wie es uns tagtäglich überall vorgelogen wird. Das müssen wir endlich begreifen. Macht das den Menschen verständlich. Unsere sogenannten gewählten Politiker sind leider eben nichts als machtlose Marionetten, die von widersinnigsten Gesetzen geknechtet, vor allem die Polizei und so weiter, und von einer wirklich gottverdammten Geheimbund-Mafia manipuliert werden. Versteht ihr das? Unsere Berichterstattung muss daher die bereits aufgedeckten Verbrecher samt ihren Verbrecher immer fix im Auge behalten. Das ist das Zentrum. Und sie müssen ins Zentrum gerückt werden und deren neue Verbrechen müssen konsequent im Licht ihre bereits begangenen und eben nicht geahndeten Verbrechen aufgezeigt werden.